Das sind die Top 3 Stürmer aus der Serie A. Fangen wir an mit Rafael Leao. Wusstet ihr eigentlich, dass er momentan den Rekord für das schnellste Tor in den Top 5 Ligen hält? Er hat einfach im Jahr 2020 gegen Sassuolo nach 6,2 Sekunden getroffen. Einfach absolut crazy. Naja, in FIFA hat er 4 Sterne Skills, 4 Sterne Weakfoot und durch sein Playstyle Plus ist er eine absolute Maschine. Und er hat eine 1-Drippling-Uf. Da kann wirklich jeder Verteidiger verzweifeln. Für 140k ist er momentan euer Mann und gebt dem Mann einfach einen Finisher und glaubt mir, er wird euch glücklich machen. Dazu kommt auch noch, dass er einfach extrem viele Playstyles hat. Er hat den Raserei-Playstyle als Playstyle Plus, angeschnittener Schuss. Er kann aber auch extrem geil tricksen und er hat schneller Schritt als zusätzlichen genialen Playstyle. Machen wir weiter mit der Informkarte von Paulo Dybala. Er hat 4 Sterne Skills, 3 Sterne Weakfoot und er ist einfach nur ein Dribbelkönig. Ich sage euch so wie es ist, wenn ihr dem Mann Hunter gebt, hat er eine linke Klebe. So was habt ihr noch nicht gesehen. Hinzu kommt auch noch, dass die Karte von Paulo Dybala extrem viele Playstyles hat. Zum einen angeschnittener Schuss und zum anderen wunderbar. Aber was auch ganz besonders wichtig ist, ist sein Techniker-Playstyle. Denn dadurch wird sein R1-Drippling noch viel, viel besser. Außerdem hat der Mann zusätzlich First Touch. Das bedeutet, ihr könnt den Ball einfach direkt ins Tempo mitnehmen und habt somit einen Vorteil gegenüber den Verteidigern.